Hallo, ich habe ein Küken, und damit recht hat es mich auf dem Oste-Kanal zum kleinen Die Horrorspielchen, ich will sagen, Seven Nights, vor allem schon noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die es hier gar nicht macht, bei uns zu realisieren wäre, vielen lieben Dank dafür, es ist mir die Unity-Engine gemacht, war mal Musik ein bisschen lauter, oder? Damit ich eine volle Dröhnung bekomme, oder? Oh ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen müssen, ich habe keine Ahnung, Play, Survive Seven Nights in a Bernden Hospital, äh, at night, the ghost will approach you, you only can stay in the security room and control the camera to see what happens outside, aha, aha, many times, play a location, come one, come two, you can hear the noise when it goes close to the area, ah, as we said, use the flashing light to kill it, you can press B to use the flashing light, ah, wir haben nur einen Monitor, ah, hier habe ich Licht, mit zwei habe ich Licht, eigentlich ist wie ein Switch-Camera, was ist das für ein Spiel? die left, äh, Q das hat, hat, hat ein bisschen was von Fluff, oder? what the hell? camp two, camp three ich bin in camp one what was äh äh ich check die spiele aber es ist ein horrorspiel You lose? What? 3 Minuten a night 30 Sekunden hat's reload Alright Oh god I've been here in Camp 1 I've been here in Camp 2 Camp 1 Jesus Christ What the hell I've been here in Camp 2 I've been here in Camp 2 Er macht nur eine weg Ah, diese Steuerung. Boah, really? Telefon. Telefon? What Telefon? You lose. Blöde. Seid's mir nicht böse. Aber das ist wirklich nicht die Art von Spiel, wo ich mir wünsche, wo ich mir vorstelle, oder? Oder was meint ihr? Ich habe gedacht, wo noch was? Ich probiere nochmal. I tried. Last try. Vor allem das Telefon. Also muss ich dann hier, wenn man das hier anklicken könnte, dann muss ich ja rumswitchen mit der Tastatur. Dann muss man auf Q und E und wenn da eine andere Cam mit der Tastatur. Warum immer alles mit der blöden Tastatur? Was habe ich? Eine Maus. I have a Maus. I don't know. Tastatur hier. Gottemübel. Äh. Töte mein Kantu? 2 ich kann wollen ich kann verlierst du will erleben und weiß nicht warum Ich gehe mal in Camp 2. Ich gehe mal in Camp 1. Besser ist das. Bin ich in Camp 1. Camp 2. Haha. Oh, der Timer geht hier. Gnadenlos runter, oder? Camp 2. Camp 1. Camp 2. Camp 1. Wenn ich jetzt draufgebe, wir haben noch 55 Sekunden. Ja. Guck nochmal rein. 38 Sekunden. 38 Sekunden. Ich krieg hier gleich einen Dreh. 28 Sekunden. Jetzt ruft er schon wieder an. No, no. No. 14 Sekunden. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Night One Bay. Done. Leute, ihr seht, man kann es schaffen. Man kann es schaffen, selbst meiner einer. Aber es ist nicht mein Ding, diese 7 Days. Es ist nicht meins. Ich meine, ihr könnt euch das ja gerne selber mal runterladen. Selber mal probieren, wie weit ihr kommen würdet. Und es ist einfach nicht meine Welt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich schon interessieren. Komm mit. Ich gebe mir jetzt hier Gnadenstoß. Und ansonsten bedanken wir uns bei euch natürlich ganz herzlich fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet doch das Video. Schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, falls ihr noch kein Abo habt. Einfach nur aufs Körbchen drücken. Und press that button to subscribe. Ansonsten genieße das Leben. Habt was. Passt auf euch auf. Übertreibt es. Bleibt es gesund. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschö mit Ö. Und für die Glocke. Euer Rosti. Danke. Und good-bye. Stay healthy. Und have a wonderful Christmas time. Bye-bye. Stay healthy. Bye-bye. 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 Vielen Dank.